Mal gucken, sechs, ja, acht, brauchen wir insgesamt. Also transformieren wir die zwei hier mal, da haben wir nämlich unsere Steine, die wir brauchen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Irgendwer hat wieder Steine liegen lassen Kann er nur ZDF, 2020 So, hier wird schön aufgefüllt Ja Die Allaufgabe Die Allaufgabe So Jetzt kannst du weiter flitten So, hier wird schön aufgefüllt 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 So, jetzt müssen wir warten bis hier fertig gefüllt ist Das sind noch 91 Blöcke Jetzt nur noch 86, 84 Also ungefähr 10 für jeden Also noch 5 mal liefern für jeden Plus die 2, die dann übrig bleiben Dann geht's ans Bauen Ja, in der Zwischenzeit werden die weiter abtragen Ja, wir brauchen wieder viel Holz Aber es steht ja hier auch noch genug Holz zur Verfügung Und wenn nicht, können wir immer noch hacken gehen So, hier wird schön aufgefüllt So, hier wird schön aufgefüllt Dann Na gut Tux geht hierher Und räumt die Steine auf Die die anderen liegen lassen Das heißt nur noch mehr Arbeit Für unsere Aufräume, Leute Genau Schmeiß da ist in der Gegend rum Andere kommen ja und räumen es auf Der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Becoi, was machst du? So, besser Plüpp Steine haben wir auf jeden Fall genug gelagert dafür So, 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 nicht weitergraben, so, 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 wie sieht's hier drüben aus? Ah, ihr fangt schon an, aufzuräumen. So, wie sieht's hier drüben aus? Oh, das heißt, wenn ihr damit fertig seid, die anderen gefüllt haben, können wir mit dem Bauen anfangen. Yippie! schon mal im jeden, 4 20 21 25 22 23 24 25 25 So, die Cleanup-Boys haben, glaube ich, da oben nichts mehr zu tun. Also, ich kann den Cleanup mal abbrechen. So, ich kann den Cleanup-Boys haben. Wir haben das Flatten oder Füllen ein für alle Mal hinter uns gebracht. Jetzt wird nichts mehr gefüllt an diesem Bauprojekt. Jetzt wird nur noch wirklich gebaut. Yippie. So, das heißt, alle zum Build-Task. Es wird Party gemacht. Wir haben das Flatten hinter uns. Nie wieder Flatten. Ja, ja, ja. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Drei. 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 dann baut mal schön sehr interessant was er da gebaut hat sie fast aus wie eine schranke schon mal an gut auszusehen steine zu holen auch gut aber ja ich würde da mal sagen an der stelle könnten wir mal wieder speichern und dann gibt es hier erstmal ein cut also bis gleich